Ähm, Schulti, wir sind schon wieder auf Sendung. Du kannst wieder... Ja? Ja, ich bin wieder da. So. Nach dieser kurzen Werbeunterbrechung müssten wir die Sendung leider abbrechen von Allzeitquotengründen, damit die nächste Woche wieder einschaltet und uns erfahren, wie es weitergeht. Ich würde es selber gerne erfahren. Ich kann es dir gleich erzählen. Bitstage. Super. Aber keine Zeit. Das wird ja nicht. Ja. Okay. Auf jeden Fall, da hinten steht ein Liebesverleihens... egal. Ein verliebter Trottel. Da drüben wird gerade ein... Danke. Funka! Da drüben wird gerade ein halbstotes Fujisaki mit Waffengewalt von Kei wiederbelebt. Hier sind... Das ist typisch Kei. Hier sitzt ein komischer, kleiner, pinkhaariger Piep. Piep. Sie haben hier gerade eigentlich so von der Backe redet, dass ich einen Nervenzusammenbruch kriege. Ich dachte, meine Mund wird zu eng. Ich heiße Hiro. Guten Abend. Bye-bye. Bye! 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 Bye!